Sarah hat mich betrogen. Mit diesem Video nehmen Sarah und Pietro Lombardi vor genau zwei Jahren noch ihren DSDS-Kollegen Daniele Negroni aufs Korn. Die meint, die hat sich in einen anderen verliebt oder so. Ich bin gerade voll am Verzweifeln hier, ich schwöre dir. Ich schwöre, ich bin voll am Ende, ich weiß noch, was ich machen soll. Ey, stell dir mal vor, die ist mir fremdgegangen oder so. Ey, ganz ehrlich. Ich bin wirklich am Ende, Alter, was soll ich machen, wenn wir uns trennen, Alter, ich kann nicht mehr, Alter, wirklich. Damals können beide noch darüber lachen. Dass der Prank schon bald bittere Wahrheit wird, hätte Pietro wohl nicht gedacht. Nur zwei Jahre später scheint sich Sarah wirklich in einen anderen verliebt zu haben. In ihren Ex-Freund Michael. Beide werden am Wochenende zusammen gesehen. Aus einem Spaß wird nun ernste Realität.